Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich seine Scheibenwischergummis ganz einfach wechseln und somit auch austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall habe ich mir von Bosch Aero Twin Ersatzgummis bestellt und die baue ich jetzt einfach in meine schon ausgebauten Scheibenwischer ein. Ich persönlich empfehle auf jeden Fall, dass man mal auf einer Seite so eine Kappe hier runternehmen sollte. Das geht eigentlich auch relativ einfach und damit du das Prinzip besser verstehst, habe ich es auf der anderen Seite schon einmal gemacht. Diese Kappe ist nämlich eigentlich nur drauf gesteckt und wird vom Prinzip her von zwei solchen kleinen Nasen hier gehalten und zwar in den zwei entsprechenden Öffnungen. Bedeutet einfach, wenn die Kappe hier drauf ist, solltest du mal am besten noch einen kleinen Schlitzschraubendreher zur Hand nehmen. Und da muss man einfach mal mit Gefühl probieren, das Ganze, also diese zwei Nasen hier etwas nach oben zu biegen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Das ist in der Kamera jetzt leider ein bisschen blöd zu zeigen. Und wenn diese leicht nach oben gebogen sind, können wir auch mal probieren, das Ganze schon nach vorne hin einfach runterzunehmen. Wenn eine Seite offen ist, dann haben wir das Größte eigentlich auch schon geschafft. Denn nun können wir unseren Gummi einfach mal in die Hand nehmen und schauen, dass wir diesen ganz einfach auf der Seite rausziehen. Das geht normalerweise relativ einfach. Falls es bei dir schwerer gehen sollte, dann kannst du trotzdem probieren, das Ganze irgendwie noch rauszureißen. Da es ja auch nicht schlimm ist, wenn der Gummi dementsprechend reißt, da du eh einen neuen reinmachen möchtest. Damit wir jetzt wissen, wie lange unser neuer Gummi eigentlich am Ende sein sollte, können wir natürlich den intakten alten Gummi einfach einmal bei dem neuen anlegen. Dann das Ganze etwas lang ziehen und wir sehen auch schon die Stelle, wo ich jetzt meinen neuen Gummi abschneiden muss. Das kann man normalerweise entweder mit einer einfachen Schere oder aber auch mit so einem Seitenschneider hier zum Beispiel machen. Natürlich den alten Gummi gleich entfernen, dass wir diesen nicht erneut einbauen. Und falls bei dir der Gummi doch etwas eingerissen sein sollte, kannst du natürlich auch erst den neuen Gummi hier dementsprechend reingeben. Und was am Ende einfach übrig bleibt, das schneiden wir dann ab. Den neuen nehme ich mir also mal zur Hand und hier können wir ganz unten so eine Einkerbung sehen. Also ich nehme auch die unterste und die muss ich jetzt schauen, dass ich sie einfach in meinen Scheibenwischer einfälle. Normalerweise sollte das auch wieder relativ einfach gehen. Falls es bei dir doch schwerer gehen sollte, dann empfehle ich dir, dass du vielleicht doch noch etwas Spülmittel zum Beispiel unten auf diese Einkerbung drauf gibst. Und wenn das dann auch passt, nehmen wir mal unsere dementsprechende Kappe wieder. Schauen, dass wir diese hier von vorne drauf setzen können. Und normalerweise sollten die Nasen dann auch schon von alleine wieder einrasten. Und somit haben wir die Gummis jetzt auch schon bei unseren Scheibenwischer vom Bosch richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt irgendwie solche Ersatzgummis zulegen möchtest, um einfach Geld und vor allem auch Ressourcen zu sparen, ich finde das immer sehr verschwenderisch, das ganze Teil hier wegschmeißen zu müssen, dann am besten einfach mal unterhalb dem Video in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Gummis von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.